ein herzliches willkommen einen schönen nachmittag an alle ich hoffe euch geht's gut auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht leicht dabei sein sondern euch im nachttag die aufzeichnung anschaut freue ich mich dass du da bist und wir starten hier gleich mit der präsentation ihr seht hier jeden dienstag um 17 17 für unsere partner für unsere gäste für unsere interessenten einfach ein hervorragendes tool damit jeder einblick bekommt was wir machen und auch lösungen aufgezeigt bekommen für das jeweilige thema was gerade so im eigenen leben ansteht und deswegen ist jetzt einfach mal meine frage an dich warum bist du heute hier also in erster linie hoffe ich ja dass du freiwillig hier bist nicht irgendwo gezwungen bist jetzt hier zu sitzen das setze ich mal voraus ich hoffe auf jeden fall du hast es dir gemütlich gemacht mit einem getränk mit gerne mit einem blatt papier und einem stift denn wenn hier heute fragen auftauchen währenddessen schreib sie einfach auf und gehe nachher zu der person die dich heute eingeladen hat oder die die aufzeichnung zugeschickt hat dass du gleich im nachtakt mit ihr sprechen kannst und all deine fragen dann auch beantwortet bekommst also warum bist du heute hier es kann ja mehrere gründe geben oder es ist zumindest einer davon eine möglichkeit ist dass du diese diese möglichkeit diese chance kennenlernen möchtest mit der wir uns jetzt schon über mehrere jahren sehr erfolgreich beschäftigen die dich dein leben so gestalten lassen wie du es möchtest eine andere möglichkeit warum du heute hier bist du weißt dass du viel mehr kannst als du derzeit ausleben darfst oder kannst oder es dir selbst erlaubt oder du willst endlich so leben wie du es dir immer schon erträumt hast du weißt du hast das so viel träume so viel visionen du erlaubst dir vielleicht hin und wieder schon mal dass dieses bild zu sehen und dann kommt doch wieder der alltag dazwischen und jetzt ist doch endlich soweit dass mal wirklich in die hand zu nehmen und dein leben so zu leben wie du es wirklich wirklich möchtest abwarten und verhauen sind nicht ein ding ja dann bist du bei uns richtig denn wir sind mache wir sind tour wir gehen voran und nehmen all jene mit die wirklich etwas verändern wollen dann bist du hier ebenfalls heute am richtigen platz hier reicht es im hamsterrad zu laufen wie so vielen von von uns auch die hier schon länger im network marketing tätig sind uns hat auch gereicht wir gehen hier ganz andere wege wirklich ein freies selbstbestimmtes leben leben zu können und das ist sicherlich was du heute hier kennenlernst ein vehikel ein tool mit dem du das auf jeden fall erreichen kannst und dein einkommen das du derzeit hast durch deinen angestellten job oder als als selbstständiger unternehmer dann einkommen damit zu ersetzen mit weniger zeitaufwand und viel mehr freiheit und vor allem auch örtliche ungebundenheit du willst endlich deine fitness verbessern wir haben so viele personen die einfach sagen sie haben satt dass sie andauernd gewicht zulegen dass sie keine ausdauer haben dass sie zu wenig energie haben ja dafür haben wir auch lösungen du willst dein wunschgewicht endlich wieder erreichen ja dafür haben wir möglichkeiten produkte die dir dabei auf jeden fall als unterstützung dienen können oder du hast es einfach satt immer so energielos zu sein ja dann bist auch du hier jedenfalls richtig also selbst wenn es nur einer dieser punkte ist wo du dich vielleicht mit einem dieser punkte identifizieren kannst dann herzlich willkommen dann bleibt dran denn hier lernst du etwas kennen was jedenfalls eine hervorragende chance für bereits tausende von personen weltweit ist und geworden ist ihr leben ganz anders und viel besser schöner reicher in so vielen aspekten zu gestalten mein name ist julia bauer und ich freue mich sehr dich da heute durchzuführen hier einfach aufzuzeigen was wir alles in unserem sortiment haben damit du für dich eine optimale entscheidung treffen kannst auf welche art und weise du mit uns mitwirken möchtest was ist meine absicht hinter diesem webinar ich möchte dich gewinnen für die idee mit spaß und freude einfach fit zu sein ich bin der meinung wir sind alle haben noch alle keine ahnung wie fit und gesund wir wirklich sein können zeitliche freiheit örtliche freiheit wenn das etwas ist wo du in resonanz ist wo du sagst ja endlich mal raus aus diesem trott aus diesem system wo ich schon so lange drin hänge wo ich spüre ich kann so viel mehr als man mir derzeit in einem angestellten job oder wo auch anders zutraut dann bist du hier richtig und dafür möchte ich dich gewinnen hier mit uns in dieser bewegung in dieser community in der gemeinschaft mitzugehen wenn du mehr eigenverantwortung in deinem leben möchtest selbstbestimmung ist das stichwort wirklich frei entscheiden zu können wo du leben möchtest mit wem du leben möchtest wie du leben möchtest mit welchen leuten du dich umgibst hier wirklich mal selbst zu sagen okay ich krempel jetzt die ärmel mal eine zeit lang hoch lass mich hier begleiten und nehmen leben tatsächlich jetzt mal wirklich selbst in die hand lebensunternehmertum leben ist ein unternehmen also deswegen ist nicht der job das hobby immer voneinander getrennt zu betrachten sondern wenn wir all unsere lebensbereiche als unternehmer sehen als unternehmen als ganzheitliche sehen dann kommen da ganz andere dimensionen und freiheit zu tage die wir bisher vielleicht auch noch gar nicht denken können das ausleben eines potenzials und ja ich will dich gewinnen für die mitwirkung team denn je mehr leute hier gemeinsam an einem strang ziehen gemeinsam für eine vision gehen wo wir weitere personen familien gemeinschaften länder mitnehmen können umso mehr können wir eine gesellschaft kreieren die wirklich selbstbestimmt ist sich nicht unterbuttern lässt oder ja auf irgendeine art und weise sich klein halten lässt und dann bin ich der meinung haben wir eine ganz andere art von win win gesellschaft wo wir dann natürlich auch in weiterer folge auch die politische landschaft damit beeinflussen können also das mal ganz kurz vorweg und schauen wir mal gleich weiter lebst du schon ein bestmöglichstes leben das ist eine frage die man vielleicht kurz zicken lassen muss was ist bestmöglich für dich in bezug auf gesundheit in bezug auf geld finanzen in bezug auf deinen gesamten lebensstil wenn du da jetzt einmal die noch stichworte aufschreibst was wäre derzeit so der bereich wo du sagst da würde ich als erstes meinen stift ansetzen und sagen das wäre etwas wo ich eine veränderung möchte beziehungsweise auf jeden fall noch viel mehr möglich ist als ich derzeit zur verfügung habe unsere vision ist es jedenfalls dass jeder ein ein gesundes freies freudiges und vor allem auch reichhaltiges leben leben kann also auch wirklich leben kann und nicht nur existieren kann und wir haben lösungen in unterschiedlichsten bereichen du siehst es hier einerseits gewichtsverlust energie und performance aber eben auch die finanzielle der finanzielle aspekte finanzielle wellness wie es hier steht wirklich eine freiheit zu generieren die für dich wirklich auf freiheit bedeutet auch nicht zu sagen was brauche ich um den monat gut über die runden zu bekommen sondern was will ich wie will ich mein leben gestalten auf welche art und weise habe ich bisher vielleicht meine träume meinem einkommen angepasst und möchtest du dein einkommen deinen träumen anpassen meines erachtens ist das auf jeden fall die viel gesündere variante ihr seht ihr das time magazine hat schon vor ein zwei drei jahren getitelt dass die babys die derzeit oder die heute auf die welt kommen bis zu 142 jahre alt werden können also das ist schon enorm wenn man sich das auf der zunge zergehen lässt wenn wir jetzt sehen in welchem alter wir derzeit die rente antreten oder in österreich seine pension ich bin jetzt hier in der schweiz sagen auch rente pension dann haben wir gerade erst mal so die hälfte unseres lebens abgeschlossen wäre es da denn nicht interessant sich mal zu überlegen okay was kann ich heute tun dass ich so lange wie möglich fit und gesund bin dass ich mir finanzen generiere die über meinen pensionsbeitrag wenn der dann jemals noch existiert die jüngeren heute und auch ich ich bezweifle dass da überhaupt noch wirklich ein halbwegs gesunder betrag rausschaut ist es dann nicht sinnvoll wirklich zu sagen ich nehme mein leben selbst in die hand ich schaue dass ich wirklich auch bis ins hohe alter ob es dann 100 ist 110 ist 120 ist wir wissen es nicht aber wirklich auch mal vorzubauen und auf eine ganz andere ebene zu gehen und wenn wir hier lesen 99 prozent aller wissenschaftler und erfinder die je auf diesem planeten gelebt haben die leben zur zeit das heißt der fortschritt ist enorm die technologie auch in der gesundheit in der medizin ist enorm bio tuning body tuning ist immer mehr in kommen es gibt ja schon 3d drucker in silicon valley haben sie unterschiedlichste dinge auch schon im vordermann gebracht also hier kommt enorm viel und in einer geschwindigkeit wo wir wirklich sagen müssen wir müssen umdenken denn wenn wir jetzt mit der veränderung nicht mitgehen dann gehen wir dann werden wir aussortiert sowohl von unserem job den roboter oder die künstliche intelligenz übernehmen werden als auch wirklich ja was gesundheit fitness langlebigkeit betrifft dürfen wir hier wirklich auch einen gedankensprung machen und unsere gedanken hinsichtlich hinsichtlich dessen auch wirklich verändern und das ist das was wir auch in unserem team in unserer gesellschaft verändern wollen wirklich mal wieder bewusst zu machen worum geht es wirklich wirklich und wenn wir uns hier so diese zwei kurven anschauen die rote ist so das gängige typische wie wir derzeit leben da leben wir meistens die 40 50 jahre wo wir aktiv gesund und vital sind gehen wir dann wie 40 stunden oder länger in der woche arbeiten gehen unserem job brav nach und die letzten zehn jahre sind meistens im siechtum oder in der pflege wie viele pflege heime sind derzeit schon noch überfüllt so viel können wir auch als sozialstaat gar nicht auffangen auch was das finanzielle betrifft aber wäre es denn nicht interessant und vor allem auch viel natürlicher zu sagen bis ins hohe alter fit und gesund solange möglich den körper das zu geben was er braucht damit er in voller vitalität ist und dann darf es auch schnell gehen wenn es mal so weit ist dass wir von dieser erde gehen dass wir dann auch ganz anders und schneller natürlicher das bewerkstelligen also das natürliche ist definitiv da und was wir aber halt schon programmiert haben gesehen haben okay mit 70 80 da ist das leben vorbei jetzt warten halt ab und schauen welche wehwehchen kommen und du wirst das vielleicht auch schon gehört haben ja wenn dieses zwicken und zwacken kommt wenn er trose kommt wenn ich kommt oder was auch immer kommt ja das ist ja normal im alter so programmieren wir uns normal ist es tatsächlich weil wir weil das die gesellschaft so gelernt hat natürlich ist ganz was anderes und das ist das worauf wir aus sind hier wirklich auch natürlich das zu tun was dem körper gut tut und ein thema das wir in unseren produkten vertreten haben und sehr sehr groß geschrieben ist auch bei uns ist das thema moringa moringa olifera das ist eine pflanze wenn du das google ist zum beispiel auf google eingibst die nährstoffreichste pflanze der welt dann findest du die ersten 20 30 artikel ausschließlich zu moringa olifera und moringa ist an sich in sich so stimmig weil wir nicht nur die die das blatt pulver verwenden sondern auch die samen und die früchte und das macht unsere produkte einzigartig besonders und vor allem gibt es dem körper wirklich das was er tagtäglich braucht der körper kann sich das rausnehmen wasser am meisten braucht und wir sind natur wie unser körper unser unser sein ist ein naturprodukt und das was ihn am meisten stärkt das ist jedenfalls auch natur und das haben wir hier zur verfügung also hier einfach nur ein beispiel das ist ein auszug von vielen vielen büchern die es zu diesem baum gibt und wirklich der essbare wunderbaum genannt die speise der götter und so weiter und so fort wird gibt es auch schon seit tausenden von jahren und klar wir wissen nicht viel davon wir lernen das nicht in der schule wir haben das nicht mal im klassischen medizin studium da ist das thema ja auch medizin und nicht gesundheit und die pharmafirma hat kein patent darauf auf eine pflanze und deswegen ist es an uns das was wir hier zur verfügung haben dieses wertvolle geschenk auch wirklich weiter zu empfehlen einfach den nächsten zu erzählen und was wir da schon für schöne wunderbare erfahrungen gemacht haben das ist wirklich einzigartig und möchte ich jedem empfehlen einfach mal für drei vier monate zu sich zu nehmen wir haben auch noch unterschiedlichste lösungen und darauf gehe ich jetzt ganz kurz ein einerseits gewichtsmanagement ich habe es am anfang angesprochen wenn du sagst du bist heute hier weil du gewicht reduzieren möchtest oder einfach auch den gewicht halten möchte ist dann haben wir lösungen in unterschiedlichster form ob das von eiweiß shakes sind die einerseits mit whey protein gemacht werden andererseits auch pflanzen basiert gemacht werden also für jeden das ein oder andere dabei und unterschiedlichste snacks die man einfach in den alltag integrieren kann um einfach das hungergefühl zu dämpfen und hier eine ganz andere leistungsfähigkeit aber dementsprechend dann auch gewichtsverlust hervorzurufen und hier seht ihr ein paar beispiele was das bewegen kann bilder sagen ja oft mehr als tausend worte das ist auch nur ein auszug von tausenden personen weltweit die bereits hervorragende erfahrungen mit diesen produkten gemacht haben energie und performance wir haben so viele hobby sportler aber auch leistungssportler die gerne diese produkte während vor und nach dem sport nutzen um einfach eine bessere leistungssteigerung zu haben eine bessere konzentration zu haben und vor allem dann auch eine optimale regeneration nach dem sport zu haben und das spannende und interessante ist hier auch noch ein paar bilder diese produkte nicht nur diese drei sondern einige andere auch sind auf der kölner liste versehen jedem der das dem das jetzt vielleicht noch nicht sagt die kölner liste ist von der sport hochschule köln etabliert worden wo alle produkte alle nahrungsergänzungen aufgelistet sind die nicht doping relevant sind und deswegen haben wir auch so viele profisportler leistungssportler die diese produkte ohne weiteres nehmen können ohne angst zu haben dass sie dann bei irgendwelchen doping kontrollen hier dann disqualifiziert werden also da kann man rein im gewissen sagen das ist optimal für die leistungssteigerung im training aber dann auch im wettkampf ja und wir kommen zum finanziellen wellness ein großer teilbereich wo immer mehr personen immer mehr menschen sagen also heute mehr denn je möchte ich ein weiteres standbein ich möchte eine weitere einkommensquelle schaffen ich möchte nicht neben einem fulltime job noch einmal einen fulltime job machen und dann bist du hier auch genau richtig denn im network marketing ist es nicht so dass es heißt okay jetzt machst du dich selbstständig jetzt machst du hier dein unternehmen auf sagen zwar viele aber dass der große unterschied ist dass du mit geringem zeitaufwand in der woche der durchschnittsnetwork investiert sieben bis zehn stunden die woche hier dir mit uns gemeinsam mit einem bewährten system das wir etabliert haben ein eine basis eine hervorragende einkommensquelle schaffen kannst wo du definitiv nach drei vier jahren nach konsequenten durchziehen und arbeiten daran gemeinsam mit uns hier deine finanzielle wellness definitiv auch gebessert hast und du wahrscheinlich dann auch deinen derzeitigen fulltime job auch wenn du es möchtest an den nagel hängen kannst was würde es denn für dich bedeuten und auch für deine familie wenn du ein weiteres einkommen hättest auch diese frage stellen wir uns auch viel zu selten und dabei ist sie so elementar und wichtig denn sonst verpassen wir es wirklich zu leben und unsere träume auch in realität zu bringen und das ist das wo wir gerne jeden unterstützen der bereit für eine veränderung ist in die positive richtung die lösung dafür ist network marketing und es ist definitiv das geschäftsmodell der zukunft und das sagen auch nicht nur ich oder wir sondern dazu kannst du auch genauso googeln genauso dich informieren es gibt von hocherfolgreichen personen nennen wir jetzt nur mal robert kiyosaki beispielsweise der rich dad wurde zum beispiel geschrieben hat der sagt network marketing ist eine hervorragende chance als als unternehmer dir ein geschäftsmodell aufzubauen ein geschäft aufzubauen wo einkommen ganz anders durchfließt und auch noch enorm viel persönliches wachstum damit inbegriffen ist wir schätzen ja auch immer wieder was network marketing ist schlussendlich personal development mit einem vergütungsplan kombiniert und es ist wohl auch dass die die personen die wirklich ihre erfolge einfahren sind die die bereit sind auch zu wachsen zu lernen anzunehmen dinge umzusetzen und hier wirklich auch in eine führungsposition wenn sie das denn wollen hinein wachsen können was ist denn der große unterschied zwischen direkt vertrieb den ja vielleicht einige von euch auch kennen und network marketing also ihr seht hier der vergleich direkt vertrieb das da kommt das produkt vom hersteller zum mitarbeiter oder vertriebspartner und der bringt das zum kunden und beim direkt vertrieb ist es dann so dass diese person der vertriebspartner eine einkommensquelle hat und das ist die provision oder die handelsspanne die er durch die empfehlung an den kunden und schlussendlich durch den verkauf an den kunden vom hersteller bekommt anders beim network marketing denn hier ist zwar auch der hersteller hier dann haben wir aber unterschiedlichste geschäftspartner personen die wir in unser team holen die auch sich verändern möchten die vielleicht auch eine weitere einkommensquelle haben möchte die ganz anderes leben möchten und diese empfehlen alle an ihre kunden die produkte des herstellers weiter und deswegen gibt es auch mehrere einkommensquellen einerseits hat jeder die handelsspanne durch die empfehlung direkt an den kunden andererseits hat jeder der auf ein team aufbaut gemeinsam personen ins team bringt die eine veränderung haben möchten im leben hat auch noch jeder daran provisionen boni durch den aufbau und geführung von teams und das ist dann jedenfalls reizvoll weil es eine hebelwirkung gibt je größer das team aus geschäftspartnern und der umsatz ist umso größer ist dann auch die provision und das schöne jeder hat die gleichen chancen jeder hat die gleiche ausgangsposition und jeder ist dementsprechend auch eigenverantwortlich dafür wasser aus diesem vehikel aus diesem tool das ihm zur verfügung steht macht aber natürlich gemeinsam mit uns als team die zukunft network marketing 4.0 mittlerweile ist ja so dass wir durch die moderne technologie so wie wir sie auch jetzt haben hier über zoom diese aufzeichnung und dieses webinar durchführen können es ist eine totale vernetzung da heutzutage sind wir brauchen wir nicht mehr herumreisen wir sind wir können uns von kanada bis australien von norwegen bis nach südafrika verknüpfen innerhalb von sekunden und deswegen macht es natürlich das als online business auch noch mal viel viel interessanter und spannender und vor allem auch viel effizienter dadurch dass wir einfach national und international arbeiten können und durch die technologie natürlich nicht mehr so viele reisekosten haben sondern viel geringeren zeit und kostenaufwand weil wir eben auf diese art und weise viel effizienter arbeiten können heißt nicht dass wir keine persönlichen meetings machen abgesehen davon dass jetzt eine besondere zeit ist das ist ganz wichtig und relevant dass wir auch persönlich zusammenkommen das passiert auch bei uns im team regelmäßig new business world das ist ein stichwort den der ein oder andere von euch vielleicht schon gehört hat aber facebook alibaba airbnb uber was haben die alles gemeinsam mit network marketing alibaba zum beispiel die haben keine eigenen produkte oder er hat keine eigenen wohnungen und hat ein milliarden business daraus gemacht uber hat keine eigenen taxis und hat ein milliarden business daraus gemacht und network marketing auch jeder einzelne partner geschäftspartner jeder jede person die sagt okay ich will was in meinem leben verändern ich will diese möglichkeit auch anderen personen zur verfügung stellen braucht keine eigenen produkte außer die dir selbst nutzt logischerweise aber alles andere macht das unternehmen und was heißt das für dich du nutzt heute mit network marketing 4.0 ein fertiges hoch modernes geschäfts und marketing system für deinen erfolg ohne selbst in produktion logistik und verwaltung zu investieren das einzige was wir zu tun haben ist schlussendlich mit personen zu sprechen mit menschen zu sprechen die uns was bedeuten die uns wichtig sind und darüber hinaus dass die einfach wissen dass es das gibt und hier professor doktor michael zaharias hatte lange zeit den lehrstuhl für network marketing an der universität warns inne ist mittlerweile immer emeritiert sagt ich bin absolut überzeugt dass durch network marketing 4.0 in den nächsten zehn jahren der umsatz und die anzahl der menschen die mit diesem geschäftsmodell arbeiten neue dimensionen erreichen wird die alle bisherigen daten und fakten übertreffen network marketing 4.0 wird die home business revolution des 21 jahrhunderts es ist auch nachvollziehbar denn wenn das unternehmen alles macht von produktion logistik verwaltung auch die versendung der produkte direkt zum kunden das erfolgt alles durch das unternehmen durch das partner unternehmen auf das ich nachher gleich noch zu sprechen komme wir brauchen nur die empfehlung zu geben die personen bestellen bei uns und wir bekommen die provision aufs konto wie spannend klingt das und vor allem wie einfach klingt das wir können es immer überall machen es gibt überall menschen auf der welt die nach lösungen möglichkeiten chancen suchen dass sie eine weitere einkommens quelle generieren können oder einfach nur fitter und gesünder sein wollen deine vorteile und chancen es ist ein einfacher start und wie gesagt du kannst es nebenberuflich starten es gibt eine freie zeiteinteilung du kannst selbst bestimmen in welcher höhe du dein einkommen haben möchtest und das ist abhängig dann von deiner leistung und dem einsatz ein nachhaltiges einkommen durch erfolgreichen team aufbau das heißt das was du heute aufbaust gemeinsam mit den personen die zu dir zu uns zum team dazu kommen und genauso etwas bewegen möchten die machen das nicht für dich die machen das nicht für mich die machen das nicht für jeden jemand anderen außer für sich selbst und ihre ziele und ihre träume arbeit und unterstützung im team auch das ist etwas was wir tagtäglich leben wir sind für die personen wirklich etwas verändern wollen da und unterstützen nehmen sie bei der hand wenn sie das möchten um wirklich hier unsere erfahrung mit reinzubringen gegebenenfalls auch fehler zu vermeiden die zu vermeiden sind dafür kann man andere machen aber hier wirklich auch gemeinsam vorwärts zu gehen schritt für schritt mit einer ausbildung als system die wir mittlerweile etabliert haben wo du ganz klaren leitfaden hast auch schon für deinen nächsten team partner wo du gar nicht lange überlegen musst was muss ich jetzt wie schicken sondern du bekommst alles von uns zur verfügung von von den produkten bis hin zum geschäftsaufbau was es braucht dass du richtig deine gewünschten erfolge einfangen kannst und ja parallel und ich habe es vorher schon erwähnt persönliche weiterentwicklung ist enorm für jeden der hier vorangeht du entwickelst selbstvertrauen du lernst wirklich auch entscheidungen zu treffen durchsetzungsstärke auch dein auftreten deine kommunikationsfähigkeit werden gestärkt all das so vieles mehr ist natürlich ein hervorragender nebeneffekt wo wir auch immer sagen das ist die beste ausbildungsstätte die du kriegen kannst wo ich auch meine jeder elternteil sollte sein kind sobald es 18 ist in ein gutes team im network marketing einführen dass es damals die nächsten vier fünf jahre all das lernen weil dann weißt du brauchst du keine sorgen mehr zu machen dein kind weiß was es tut und wie es durchs leben geht weil es all das gelernt hat wirklich auch unternehmertum auf einfache lustige spielerische art und weise zu lernen und damit auch noch erfolgreich die finanzen aufzubauen die er oder sie haben möchte deswegen sagt auch professor dr zaharias network marketing ist damit das volksfranchise für jedermann geworden weil es einfach einfach ist hier zu starten und sich hier wirklich ein ganz anderes leben aufzubauen immer mehr menschen und berufsgruppen sowie auch die unternehmen erkennen die möglichkeiten und vorteile der wirtschaftsform network marketing und spezielle digitalen möglichkeiten im network marketing 4.0 werden allen alters und berufsgruppen ihren geschäftsaufbau extrem erleichtern also all diese vorteile sind sind gegeben sie sind da wir brauchen nur mehr hingreifen sie nutzen und sie für unsere zwecke auch einzusetzen und du wirst jetzt vielleicht sagen okay na gut so viel geld brauche ich vielleicht selber gar nicht vielleicht hast du ausreichend Geld am konto wo du sagst damit bin ich happy was soll ich mit mehr oder was soll ich mit 10.000 euro im monat mehr was soll ich mit 100.000 euro im monat mehr es gibt auch personen die sagen wow mit dem überschluss den ich nicht möchte nicht brauche nicht zum leben oder gar nicht so viel essen kann das kann ich weitergeben damit kann ich eine stiftung damit kann ich einen verein gründen damit kann ich personen in ärmeren ländern helfen schulen zu bauen wohnungen zu bauen was auch immer es ist auch diese investments die weitergehenden wenn du wenn du da bist wo du hin möchtest auch vom finanziellen her da haben wir auch experten in unserem netzwerk die auch da dann weiter beraten und gemeinsam mit dir auch deine strategien entwickeln was auch immer du bewegen möchtest es gibt natürlich nicht nur vorteile und chancen sondern mir ist es auch wichtig die widerstände und herausforderungen anzusprechen weil wo es wo es kälte gibt gibt es auch hitze und umgekehrt wo in oben ist auch unten und wir sind hier im gesetz der polarität und wo es vorteile gibt gibt es auch nachteile unter anführungszeichen die möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz mit dir durchgehen denn es gibt natürlich immer wieder negative berichte und meinungen über network marketing und oft sind diese meinungen ja gebildet von personen die nicht erfolgreich sind die noch nicht das erreicht haben was sie wirklich erreichen wollten und dann sagen network marketing funktioniert meine empfehlung an die ich wende dich an personen die wirklich schon erfolge eingefahren haben hol dir da die meinungen und berichte ein und bildet ihr dadurch deine eigene meinung beziehungsweise entscheidung entscheide dich dann auch aufgrund dieser information und nicht anhand von informationen von nicht erfolgreichen personen in diesem geschäftsmodell es ist ja überall so je nachdem worauf du dich fokussiert kannst du dann auch deine erfolge eingefahren oder eben nicht ja mangelnde loyalität oder geduld und ausdauer viele glauben im network marketing gibt es das schnelle geld wird auch teilweise versprochen und das sind meistens dann auch illegale schneeballsysteme es lohnt sich sich zu entscheiden für drei bis fünf jahre in eine sogenannte ausbildung zu gehen aber nicht so klassisch wie wir das von der universität kennen sondern währenddessen ja wirklich auch schon sukzessive geld zu verdienen ein team aufzubauen ein team zu führen aber dann geht dieses wachstum exponentiell in die höhe und das ist meine ganz klare empfehlung dem dem geschäftsmodell hier auch zeit zu geben energie zu widmen fokus zu widmen weil du machst es ja schlussendlich für dich und was sind drei bis fünf jahre im verhältnis zu einem job der dir vielleicht auch gar keinen spaß mehr macht indem du 40 50 jahre verharrst bis du dann irgendwann mal in rente oder pension gehen darfst ja zu wenig lernbereitschaft ist auch oft so eine herausforderung von vielen personen wir haben ein system wir haben top erfolgreiche personen die millionen bereits im network marketing verdient haben die wissen wie es geht und da ist meine empfehlung wenn du wirklich dein leben verändern möchtest dann sei bereit zu lernen sei bereit dinge umzusetzen die 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 empfohlen werden und dann verspreche ich dir wärst du deine erfolge ein die du dir für dich wünschst ja und worauf kommt es schlussendlich an bei deiner wahl für ein network marketing schau dir die branche an in welcher branche befindet sich das unternehmen dieses team und wir befinden uns hier einerseits in der gesundheitsbranche in der bio tuning branche in der fitness branche aber eben auch in der network marketing branche stell dir immer die frage ist das zukunftsträchtig brauchen dass die personen die menschen auch noch in 10 20 jahren wo geht der trend hin und schau dir das unternehmen an ich komme gleich noch auf unser spezielles unternehmen zu sprechen mit dem wir uns entschieden haben zu kooperieren das unternehmen wie lange ist es am markt wie integer ist es welche führungspersonen welches management steht da im hintergrund und welche vorgehensweise etabliert das unternehmen schau dir die produkte an in dem fall haben wir sie heute schon mal kurz im überblick hier gezeigt also auch hier sprich gerne nachher nochmal und das empfehle ich auch mit der person die dich heute eingeladen hat dass du hier alle alle fragen auch zu den produkten gegebenenfalls wenn das jetzt dein erster fokus ist beantwortet bekommst unterstützung habe ich schon angesprochen darauf werde ich gleich auch nochmal ein bisschen eingehen und vergütung vergütung ist ja jedenfalls wichtig was wie fair wird vergütet werde ich vergütet es gibt ja viele die sagen ja ja na komm rein und investiere mal weiß ich nicht tausende von euros aber daher empfehle ich die finger davon zu lassen das sind meistens illegale schneeballsysteme wo nur geld fließt und kein produkt als gegenwert kommt also das ist etwas wo es natürlich in jeder branche in jeder industrie auch unterschiedlichste möglichkeiten gibt wichtig ist viele personen suchen weitere einkommensquellen und deswegen ist hier das vergütungskonzept ein enorm wichtiger faktor und das werden wir uns auch nochmal kurz anschauen und das wichtigste bist du du musst entscheiden siehst du darin ein vehikel ein tool eine chance für dich dein leben so zu leben wie du leben möchtest und meistens sind es in den ersten drei bis fünf sekunden wenn du jetzt da in dich reinhörst und was du bisher von mir auch gehört hast wo dein system schon reagiert und gegebenenfalls und ich nehme an ja schreit dann fängt nach den fünf sekunden wieder an den kopf zu rattern und dann das alle möglichen stimmen dagegen aber ich empfehle wirklich höre auf deine innere stimme auf deinen ersten impuls und gehe einfach hier mal in dieses thema näher darauf ein mach noch mal einen termin mit der person die dich hier eingeladen hat und lass dir alles ganz genau zeigen wie du für dich hier das optimale rausholen kann zum unternehmen das unternehmen heißt isagenics und wurde 2002 in amerika in arizona gegründet und ist ein familiengeführtes unternehmen die beiden gründer und das macht es sehr sehr interessant die man selbst 27 jahre ist ein pärchen aktiv im network marketing im feld sozusagen aktiv und deswegen wissen wir auch ganz genau was wir als geschäftspartner als kooperationspartner des unternehmens brauchen um wirklich auch unsere neuesten personen die hier mitmachen die hier auch was verändern wollen und einkommen generieren wollen auch schnell ins geld verdienen kommen können und da haben sie wirklich auch von der vergütung her ein system geschaffen wo ich wirklich sage hut ab das habe ich bisher noch nicht kennengelernt ich bin jetzt auch über acht jahre knappe neun jahre network marketing und das ist wirklich etwas wo ich sage ja jeder der gewisse zeit und energie in der woche investiert der wird sehr sehr schnell auch gutes geld verdienen wir sind derzeit in 26 ländern auf fünf kontinenten und das unternehmen hat auch weltweit unterschiedlichste headquarters hauptquartiere wo auch mitarbeiter sind kundenservice da ist wo auch deine kunden und die kunden deiner nächsten partner die auch gerne einfach nur die produkte nutzen anrufen können wenn sie fragen haben also all das ist etabliert es ist vom marketing material hier ist alles da du siehst hier ja auch das chart auch das bekommen wir vom unternehmen zur verfügung gestellt wir bekommen flyer wir bekommen unterlagen zu den produkten zum business wie wir hier wirklich auch konsequent mit unseren teampartnern arbeiten können und das ist natürlich was enorm wertvoll ist wir müssen wie gesagt nichts nichts tun außer mit unseren personen mit unseren nächsten interessenten darüber zu sprechen dass es das überhaupt gibt und von der vergütung her ist es ganz ganz einfach du steigst ein du sagst du magst mitmachen weil du dein leben verändern möchtest und du hast zwei personen die du hier mitnehmen möchtest weil sie dir am herzen liegen und weil du ihnen die möglichkeit geben möchtest gleich zu beginn hiermit an erster front sozusagen mit dabei zu sein und wenn diese beiden personen hier auch wiederum einfach nur zwei ihre herzens menschen mitnehmen oder sie sagen sie kennen unternehmer die sich verändern möchten die die ein ganz anderes business konzept etablieren möchten dann sind auch die logischerweise möglich hier als erstes gleich mit ins team zu holen und du siehst hier wenn nur mal diese steps hier passieren und gewisse produkte zu einem gewissen prozentsatz eingekauft werden dann kannst du schon in der ersten woche wenn das abgehakt ist weil die ersten 500 600 euro verdienen das ist hier nur ein rechenbeispiel also es kommt darauf an welche produkte du empfiehlst welche produkte dann deine nächsten personen kaufen aber schlussendlich funktioniert dieses system so und das werde ich dir jetzt noch mal ganz kurz zeigen damit man sich das vorstellen kann weil exponentielles wachstum ist oft für den kopf schwer zu greifen und deswegen habe ich hier eine grafik die entweder dich wenn du weiblich bist oder dich wenn du männlich bist darstellt also normalerweise hat jeder seine eigene lizenz und wenn du dir jetzt vorstellst du hast nur fünf personen die du selbst mit ins team bringst die auch hier sich ein business aufbauen möchten sie sich eine weitere einkommensquelle schaffen möchten und mit diesen fünf arbeitest du eng zusammen und zeigt ihnen wie sie jeweils wiederum auch nur fünf personen ins team mitbringen dann haben wir schon 25 personen 30 personen im team bei dir wenn diese 25 personen das genauso auch machen mit ihren fünf personen weiter arbeiten dann geht das immer tiefer und tiefer und breiter und breiter und breiter und du siehst in der sechsten ebene sind es bereits dann insgesamt fast 18.000 personen die du in deinem team hast wenn wir das richtig duplizieren wenn wir unsere informationen richtig weitergeben wenn die ersten fünf richtig geschult werden können wir sicher sein dass in der sechsten siebten achten neunten ebene genau das gleiche auch wieder gemacht wird und da ist enorme power dahinter und du kannst dir vorstellen wenn jetzt ein umsatz pro person von 100 euro gemacht wird wie das hier sich exponentiell in die höhe schraubt und da rede ich jetzt auch nur von geschäftspartnern stell dir vor jeder dieser personen hat nur zehn kunden kunden die einfach nur regelmäßig einmal im monat oder öfters die produkte für sich bestellen dann haben wir hier schon insgesamt knapp 180.000 kunden die in deiner organisation automatisch vom unternehmen beliefert werden das sind summen die so der kopf nicht denken kann rechne es dir in ruhe durch rechne das gerne auch mit der person durch die dich für heute eingeladen hat oder die aufzeichnung geschickt hat und lass dir das mal gerne auf der zunge zergehen stell dir vor deine ersten fünf die fünf ersten personen die wirklich sagen hey ich nutze diese chance ich ändere was in meinem leben wenn du mit denen richtig arbeitest und das auf jeden fall mit unsere hilfe dann ist hier wirklich alles möglich und gedeckelt nach oben ist hier auch nichts das heißt es gibt viele millionäre bei isagenix derjenige der samt schnellsten derzeit geschafft hat das ist der rekordhalter bisher sind in 13 monaten die erste million zu machen aber das heißt ab dem einstiegsdatum 13 monate hat die erste million erwirtschaftet also es ist alles möglich und es kommt wie gesagt nur auf deinen einsatz auf den fokus auf den energie darauf an wie du dieses business betreibst man sagt ja auch so schön hobby da musst du zahlen wenn du es wirklich ernsthaft profimäßig betreibst dann wirst du bezahlt ich empfehle nutze dieses business wirklich um profi zu werden und sich hier dahingehend zu entwickeln ja und dann ist einfach nur die frage welche veränderung ist jetzt für dich in erster linie die richtige die frage habe ich am anfang auch schon gestellt ist es einfach die gesundheit ist es die fitness ist gewichtsverlust gewichtsmanagement oder ist es wirklich ein komplett anderes leben zu leben deinen job vielleicht irgendwann einen nagel hängen zu können nicht mehr darauf zu warten bis du irgendwann mal in rente oder pension gehen kannst all das kannst nur du für dich entscheiden wir sind da dass wir dir dabei helfen wir haben wie ich habe es schon erwähnt erfolgreiche multimillionäre im network marketing in unserem team die dich dabei unterstützen das zu erreichen was du willst und das ist auch unsere philosophie je mehr menschen wir helfen dass sie ihre ziele erreichen umso weniger brauchen wir darüber nachdenken wo wir unsere erreichen und so ist es dann auch bei dir wenn du den nächsten personen hilfst mit dieser intention einfach auch da raus gehst und sagst auf dieser basis baue ich mein unternehmen auf menschen zu helfen ihr leben so zu gestalten wie sie möchten dann brauchst du auch du über dein einkommen deinen output hier keine gedanken mehr zu machen es gibt variablen es gibt faktoren die zu beachten sind die wichtig sind die notwendig sind aber wir sind hier dass wir dir das zeigen damit du auch deinen nächsten partner das genauso beibringen kannst und wir sind eine community die weltweit aktiv ist die auch gerne wieder was gibt also genix spendet regelmäßig die produkte auch an schulen bei der unstoppable foundation in kenia das heißt auch da kommt regelmäßig einfach was zurück in die welt in die gesellschaft an menschen gruppen an personen denen es vielleicht gerade noch nicht so gut geht die einfach gute ernährung brauchen und das ist so so wichtig und wir sind einfach menschen die mehr aus dem leben machen wollen und du bist herzlich willkommen da auch mitzumachen und die nächsten leute mitzuziehen ich meine wir können eine ganz andere gesellschaft schaffen wenn wir wirklich in unsere volle blüte und unsere kraft gehen und noch ganz kurz zu mir du bist also ich bin halt auch so aufgewachsen geh zur schule machen studium finde einen job der dazu passt und ja das habe ich brav gemacht ich war dann während des studiums bin ich schon ausgebrochen überhaupt der wirtschaftsuni in wien studiert man war dann ein monat in südafrika bin da wirklich geflohen von von all dem wo ich hier gefangen war hab dann vor acht neun jahren network marketing kennengelernt durfte dann auch schon mit bob proctor auf auf bühnen stehen hier gemeinsam mit ihm sprechen die personen kennenzulernen wo man immer so schön sagt die schultern zu reiben wirklich hier von erfolgreichsten personen personen die derzeit leben zu lernen und hier die golden nuggets mitzunehmen und selbst umzusetzen und das ist immer mehr etwas was ich empfehle auch wirklich zu machen wir waren bei einer veranstaltung mit unterschiedlichsten erfolgreichen personen meine liebe ist die natur einfach auch frei entscheiden zu können der tag ist schön die sonne scheint ich gehe raus auf den berg und genieße einfach die natur und tanke auch da wieder meine kraft und energie es zahlt sich aus einfach mal unterschiedlichste schöne plätze kennenzulernen die einfach viel verwehrt bleiben weil sie einfach in ihrem hamsterrad drinnen hängen und meine empfehlung hier bin ich auf dem silberstone auf der rennstrecke ist martin und und ferrari gefahren auch ein spannendes erlebnis durch die firma eingeladen durch das unternehmen also auch das es werden hier reisen gesponsert es ist einfach ein ganz anderer lifestyle und ich meine wir leben zumindest nur einmal was danach kommt wissen wir nicht und dieses leben sollten wir wirklich voll auskosten wir wissen auch nicht wie lange es ist und da meine ich jeden tag aufzustehen mit einem grinsen im gesicht das zahlt sich auf alle fälle aus ja jetzt mittlerweile lebe ich in der schweiz und ich meine wenn du bereit bist dann starte mit uns los in ein ganz freies ganz unabhängiges und vor allem selbstbestimmtes leben so wie du es möchtest dann bist du herzlich willkommen mit uns hier mitzumachen und noch einmal die frage lebst du schon im bestmöglichstes leben wenn nein dann ist das jetzt vielleicht die möglichkeit hier mal einen fuß hineinzusetzen dich noch einmal genauer damit auseinanderzusetzen was du davon hast denn hier kann jeder reingreifen wo er gerade oder sie gerade am meisten veränderungspotenzial hat und da sukzessive auch rein wachsen das ist meine einladung an dich und nächste woche wieder 17 17 haben wir einen anderen sprecher mit unterschiedlichen charakter das ist das spannende bei uns im team aber auch einfach schon für dich die möglichkeit zu sagen wow ich steige diese woche ein und lade schon nächste woche nächsten interessenten mit hier ein dass sie dass sie auch die informationen bekommen und ich gleich hier mich einschulen lasse und diese informationen auch für mich aufsaugen kann ich wünsche jetzt einen wunderschönen dienstagnachmittag oder mittlerweile abend lass dir alle fragen beantworten von der person die dich eingeladen hat schön dass du dabei bist und ich freue mich sehr wenn wir uns hoffentlich bald auch persönlich aus dem ein oder anderen event kennenlernen einen schönen abend und alles liebe ich freue mich sehr gerne